Herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Zu diesem Video, es war eigentlich viel, viel schneller geplant, es umzusetzen. Doch kurz vor Weihnachten ist halt immer eine Menge zu tun. Im Haus umbauen, organisatorisches Geschenke und Weihnachtsfeiern, was man nicht alles kennt. Ergo hat sich alles ein bisschen hingezogen, eine Erkältung war auch noch dazwischen. Aber jetzt kommt das Video, was ich in einem kurzen Shorty bei YouTube versprochen habe bzw. angekündigt habe. Worum geht es jetzt letztendlich? Ihr habt es gesehen, die Michael Jackson Thriller-Ausgabe zum 40-Jährigen als SA-CD möchte ich hier euch näher bringen. Aber nicht nur das, ich werde auch einen Vergleich ziehen zu einer Urpressung von 1982, zu der Jubiläumsausgabe als CD zum 25-Jährigen und auch zur SA-CD von 1999. Bevor ich damit starte erstmal, wie habe ich getestet und was ist mein Equipment? Okay, letztendlich der Test relativ einfach. Leider habe ich nur einen Player, nicht zwei, dass ich einfach per Knopfdruck switchen kann. Aber dafür konnte ich meinen HDMI-Eingang auf quasi drei Inputs legen und habe die Anlage dann in der Vorstufe im Pegel angepasst, dass es nicht so große Pegelsprünge gab. Dazu nachher nochmal mehr. Das ist nämlich ganz interessant, wie sich das Lautstärkenniveau von den verschiedenen Disks unterscheidet. Kommen wir mal zu meiner Anlage. Was ist überhaupt mein Test-Equipment? Ihr seht es hier im Hintergrund schon und ich switche einfach mal die Perspektive. So, fangen wir mit den Lautsprechern an. Das sind von Dieter Achenbach die Sonne B MK2 als Bausatz von mir dieses oder letztes Jahr gebaut. Dann haben wir hier noch meine AV-Vorstufe, die Emotiva RMC 1, nicht zwei, die gibt es noch nicht. In der Firmware 2.5, also nicht die ganz aktuelle, da gab es mal wieder Probleme mit. Ist typisch, Emotiva-like. Rechts daneben steht ein Oppo-Klon, der EPUG UHD 8592 Pro. Und hier unten im Regal stehen meine Endstufen aus Frankreich von Audio Phonics mit Hypex Encore Technologie. Die Mono-Endstufen NC400 mit jeweils passendem Netzteil stehen hier gerade vor euch in einem sehr entspannten kleinen Gehäuse. Und möchtet ihr zu meinen Geräten mehr wissen, guckt einfach mal in meinen Kanal. Da findet ihr noch ein paar Infos. So, kommen wir mal zu meinem Medien-Pod-Pourri. Was habe ich denn jetzt alles hier? Ich habe es gerade eben schon gesagt. Welche Versionen? Also das hier ist eine Erstpressung von 1982. Die europäische Erstpressung bei Dr.Dynamic, ne, Dr.LoudnessVor.info. Die Links werde ich in die Beschreibung mit reinbringen. Ist das eine der besten oder hochdynamischsten Versionen, die man mitkriegen kann als CD. Daneben seit vielen Jahren in meinem Besitz, über 20 schon, von 1999 die SACD. Etwas später ins Haus getrudelt, die Jubiläum-Ausgabe zum 25. des Albums. In einem schönen Digipack, auch nicht schlecht, mit einer DVD und einem tollen Booklet mit ein paar interessanten Bildern drin. Und jetzt natürlich zum Hauptprotagonisten des Videos, die aktuelle SACD von Mophie zum 40-Jährigen. Und ja, dann gucke ich mal, dass ich die Kamera jetzt passend aufgestellt bekomme oder gehalten bekomme, während ich ein Unboxing mache. So, von außen erstmal kurz anschauen. Hier unten zu sehen, die Limitierung. Die Disks basiert quasi auf einer Special Edition, die ich nicht habe. Habe ich sie wirklich nicht? Nein, habe ich nicht. Von anderen Alben schon, von Michael Jackson, aber nicht von Thriller. So, ansonsten. Noch ein Sammelsorium von Label, was gemacht worden ist. Jetzt hier zum Beispiel Ultradisc, UHR, bla bla bla. Für mich letztendlich nicht so wichtig. Und dann schauen wir doch mal, wie die aufgebaut ist. Machen wir sie mal auf. Ah, da ist der Jacko. So, viel weiter kann ich sie auch nicht aufklappen, weil dann habe ich hier quasi wie eine kleine Tasche. Und dann hole ich mal dieses gute Ding hier raus. Und ebenfalls ein kleines Booklet. Ich habe auch noch gar nicht reingeguckt. Song Texte. Schön noch ein Bild. Paul McCartney, Michael Jackson zu This Girl Is Mine. Na, tolles Bild von Thriller oder für Thriller. Sieht schon ein bisschen crazy aus. Und einfach noch weitere Texte. Und zum Schluss hinten nochmal die Übersicht, welche Songs alle auf dem Album drauf sind. Ich denke mal, das wird jeder kennen und wissen, was da alles drauf ist. Und jetzt kommen wir hier hin. Nochmal zurück. Noch ein paar andere Alben angepriesen, was es nicht alles noch gibt. Ich habe von Mophie bisher noch die Dire Straits gekauft und eine Run-DMC. Und das sind wirklich gute Pressungen. Ansonsten hier in so einem leichten Vliesumschlag haben wir dann die Disc. Wie man hier unten sieht, die Disc ist rein Stereo, läuft aber als SACD auf jedem Player, also auf jedem CD-Player, im Gegensatz zu meiner alten SACD. Die lief zum Beispiel nicht in meinem Laptop. Okay Leute, dann kommen wir mal zu ein paar Infos zu den Discs, beziehungsweise was das Problem war mit den Lautstärken. Aufgrund des Masterings dieser ganzen verschiedenen Discs, da stecken immer andere Köpfe hinter. Und aufgrund der unterschiedlichen Medien-CD und SACD legen die Spezialisten oder diejenigen, die die Disc gerade neu mastern, anderen Maßstab an, wie laut soll die Version sein und wie viel Dynamik kann diese ganze Disc vertragen. Und da muss ich ganz klar sagen, dass die Version hier unfassbar laut im Gegensatz zu allen anderen ist. Und das bedeutet aber auch zeitgleich, da ist im Bereich der CD mit ihrem maximalen Dynamikumfang nicht mehr viel Platz, um eine dynamische Aufnahme zu ermöglichen. Das Booklet, die Aufmachung, alles ganz toll, aber von der Klangqualität muss ich ganz ehrlich sagen, ist diese Version eher was für jemanden, der mit dem Handy durch die Straße läuft und den Handylautsprecher anhat, um die Nachbarschaft zu terrorisieren. Für mehr ist diese Version definitiv nicht geeignet. Und deswegen auch nicht mehr viel Zeit damit verschwenden, sondern jetzt kommen wir noch mal zu den ganzen anderen, zu der CD und auch zu den beiden SACDs. Also letztendlich ist es so, dass ich diese CD, ja, hat schon ein bisschen länger gedauert, bis ich genau das Exemplar gefunden habe, die Fassung, weil ich wollte eine hochdynamische Version haben. Zum Produkt selber, ja, auch hier klassisch, wie früher, ein Booklet drin, die CD ist gerade im Player. Das ist die leiseste Disc von allem. Das kriegt man direkt mit. Und deswegen war es auch für mich schwierig, einen Vergleich durchzuführen, denn manche Stücke sind noch mal etwas leiser als andere, hier schon drauf, im Gegensatz zum Beispiel zu der neuen SACD. Da sind ein paar Stücke etwas lauter und andere wieder leiser und das macht es natürlich schwierig. Ergo habe ich versucht, im Schallpegelmessgerät den Player auf verschiedene Inputs meiner Vorstufe entsprechend einzupegeln, dass, wenn ich zwei Lieder miteinander verglichen habe, ich durch schnelles, auch durch einen schnellen Discwechsel und einen Eingangswechsel nicht die Problematik hatte, dass die Lautstärke anders ist. Hierzu kann ich sagen, eine sehr angenehme Abmischung, nicht so spitz in den Höhen und doch schon sehr dynamisch, insbesondere kriegt man das halt mit, wenn es lauter wird, ohne wirklich harsch zu klingen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was ist aus meiner Sicht mein aktueller Favorit? Ist es die neue Mophie oder ist es die ursprüngliche SACD von 1999, quasi als die SACD in den staatlichen Stand beziehungsweise gerade Schwung aufgenommen hatte, um dann in der Senke zu verschwinden? Ja, was soll ich sagen? Also, gucken wir uns die hier an. Jahrelang mein absoluter Favorit gewesen und ich war wirklich gespannt, wie gut die neue Mophie Disc sich dagegen schlagen kann. Letztendlich ist diese Version absolut hochauflösend und auch sehr dynamisch. Bei Dr. Dynamic, dem Loudness War, dieser Datenbank, gibt es auch einen Eintrag zu dieser Disc als SACD und das zeigt auch, wie dynamisch diese Disc ist. Vielleicht nicht ganz so dynamisch, da bringt nicht so viel Dynamik auf den Tisch wie die erste CD, aber es hört sich trotzdem sehr, sehr klar an, sehr fein, aber ich muss auch sagen, in meinem Lautsprecher-Setup oder mit meiner Anlage doch schon manchmal sehr hart, wenn ich im Gegensatz die anderen Disks höre. Liegt vielleicht auch gerade an diesem schallenden Raum oder alternativ könnte ich natürlich per Direct oder dem parametrischen EQ meine Anlage etwas anders abstimmen, aber es geht hier ja um den Vergleich dieser Disks. Die ist auch etwas lauter als die alte CD und wesentlich leiser als die 25-jährige Jubiläumsversion. Und die hier, tja, das ist jetzt die gute Frage, ist es mein Favorite? Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr knapp, denn letztendlich, sie erinnert mich etwas an die alte CD, an die Erstauflage von 82, so von der Abmischung her. Sie klingt in meinen Ohren nicht so hart, vielleicht auch nicht so extrem hochauflösend wie die 2000, also die SA-CD von 1999. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich ein hochauflösendes Format habe, würde ich ganz klar heutzutage die Version kaufen, denn die erste SA-CD wird ja immer noch für recht viel Geld gehandelt. Vielleicht ändert sich das oder wenn man Pech hat und man bekommt die nicht mehr neu, geht die auch vielleicht durch die Decke. von der Abmischung her auf jeden Fall ist das so ein Ding zwischen der 82er-Uhrpressung und der alten SA-CD sehr gut anzuhören, schön dynamisch und man bekommt halt mit, dass da noch mal so ein paar Sachen mehr leicht in den Vordergrund geraten sind oder auch ein bisschen in den Hintergrund, dass hier eine ganz andere Abmischung da ist. Und für mich bedeutet das jetzt, euch kurz noch mal einen Einblick zu geben, was ich meine mit der Dynamik dieser Discs. Da habe ich nämlich die alte 82er-CD und die SA-CD mal durch den Laptop gejagt. Die CD-Spur, ganz wichtig, nicht die High-Resolution, also nicht die DSD-Spur gerippt. Kann ich nicht. Ich bräuchte einen extra Player dafür, um die SA-CDs zu rippen und von daher kann es sehr wohl sein, dass es sich natürlich noch mal was anderes, noch mal anders anhört. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dann nachher so sagt, wenn ihr mal die Zahlen seht. So, ich hoffe, das kommt jetzt gerade überhaupt rüber. Und zwar haben wir auf der Seite hier haben wir das Messergebnis, das Auslesen der SA-CD von 2022. Und hier haben wir die CD von 1982. Also einmal fällt auf, dass die Tracks manchmal ein bisschen anders lang sind, unterschiedliche Längen haben, ein paar Sekunden. Und grundsätzlich fällt hier die Dynamic Range im Schnitt mit 13 dB aus und bei der CD, bei der klassischen CD, sind es 15 dB. Hier zu linken sieht man immer wieder, okay, die SA-CD ist im Vergleich zur CD etwas geringer im Dynamikumfang beziehungsweise in den Dynamiksprüngen. Das hier ist natürlich hier 17 bei Billie Jean und da 13. 14, das macht natürlich schon noch mal was aus. 15 zu 12. Und hier haben wir auch noch mal insgesamt bei Beedit 3 dB Unterschied. Das ist natürlich, je nachdem, auf welcher Lautstärke man hört, weniger zu hören oder auch mal, wenn ich hohe Pegel fahre, die Dynamikspitzen, sieht das natürlich noch mal anders aus. Tja, was natürlich jetzt noch fehlt, ist eigentlich die Info, wie gut denn die neue SA-CD in ihrem Dynamikumfang abschneidet. Da kann ich euch leider nicht so viel zu sagen, denn bisher ist hier auch in der Internetseite Dr. Dynamic Loudness War nicht eingetragen und es ist natürlich auch nicht so einfach, unbedingt die SA-CDs zu rippen. Entweder brauchst du eine Playstation 3 dafür, einen alten Sony SA-CD-Blu-ray-Player oder eben auch einen alten Oppo-Blu-ray-Player, der auch SA-CDs auslesen kann mit einem Skript. Ist das dann machbar? Habe ich bisher noch nicht. Vielleicht werde ich es irgendwann mal machen. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist auch nochmal der Unterschied der 1999er SA-CD, das Auslesen der CD-Spur, die es ja auch eigentlich gar nicht gibt. Ich bin schon ganz schön bedeppert. Von daher ist es relativ schwer, da irgendwas herauszufinden. Letztendlich werde ich in der Beschreibung die Dynamik-Auslesung verlinken von der CD von 1982, von der SA-CD von 1999 und vielleicht gibt es ja noch demnächst jemanden, der die neue SA-CD von Mofi ausliest, jemanden und kann das dann auch mal verlinken. Gerne auch in die Kommentare schreiben, wer Interesse hat und natürlich werde ich die auch mit verlinken, damit man mal sieht, was das ausmacht, wie qualitativ schlechter, sage ich es mal, diese Version ist. So, und damit bin ich jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Infos bekommen, die ihr gerne sehen wolltet, jetzt die verschiedenen Titel durchzusprechen bei einem Album, was es so lange schon gibt, ist, glaube ich, nicht notwendig und von daher ein paar technische Details zu der Disc. Wie hören sie sich an? Ich werde jetzt noch ein bisschen Michael Jackson Thriller hören. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.